Also Leute, so geht es. Okay, ich habe jetzt meine neue Spiegelreflexkamera gründlich gecheckt, was ich damit machen kann und was ich nicht damit machen kann. Ich habe analoge Objektive getestet und ich habe wirklich viel, viel Bäume, Natur und Wald gefilmt. Doch jetzt wird es langweilig. Ich habe gar keinen Bock mehr das zu schneiden. Ich muss mir was einfallen lassen, dass ich wieder was Cooles hervorzauber. Ich muss wieder so ein Ass aus dem Erbel schütten. Denn wie soll ich die 30 Tage durchhalten? Sonst wird es nichts aus der 30 Tage Challenge. Mensch, wenn ich jetzt schon nach 9 Tagen keinen Bock mehr drauf habe. Ich meine, es ist nicht nur für mich langweilig, sondern auch für euch. Okay, ich werde auf jeden Fall das, was ich heute so am Neckar gefilmt habe, zusammenschneiden. Also die ganzen Enten und Wasser. Und schauen mal, was dabei rauskommt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und wir sehen uns morgen. Hoffe ich zu gut bist. Hoffe ich zu gut, was dabei rauskommt. Hoffe ich zu gut, was dabei rauskommt. bestell